...spontan. Ich weiß jetzt aber nicht, das war schon wieder ein Video. Es waren schon 10 Minuten. Ist es denn? Also, sagt mir einfach, ob ihr das sehen wollt oder nicht, weil... ...es kostet verdammt viel. Also, ich kann da mehr hochladen, aber ihr kriegt weniger mit. Oder wenn ich schon vorarbeiten soll, um Uranus auf dem Level ab... ...vorarbeiten soll zum nächsten Dings und mir... Ja, rein da! Oh, ein Straw! Mädchen, ich liebe dich! Willkommen! Oh, ja! Oh! Oh, okay, das habe ich nicht gewusst. Oh, ich möchte einen... Ja, okay. Ja. Bento no... ...Nigiri. Reicht. Ich möchte 10! Ja! Das kann ich nicht verkaufen. Ich will nichts verkaufen. Ah, komm. Ein bisschen hiervon. Wir sehen nur so viele aus denen. Also, 4.260... Obwohl das total wenig ist. Es wird so umgerechnet. Ich kann das jetzt nicht umrechnen. Ich weiß nicht. Wie es gerade steht, sozusagen. Aber... So, von hier aus müsste das eigentlich gar nicht nur so weit sein. Und stehen wieder Gegner im Bild. Aber ich bin ziemlich froh, dass der Turm ziemlich schnell ein Level abkriegt. Und... Ja. Von der Musik nervt, ganz ehrlich. Ich habe von Zell-O mehr erwartet. Sie ist ein bisschen originaltreu. Aber sonst, so... Naja, ist sie nervt. Ich mache ein bisschen leiser. So. Vielleicht ich dir weniger mit, aber... Mich nervt sie. Okay, halt. Keine Level ab. Das ist schade. Okay. Hm, da lang. Da... Nicht lang. Oh, Gott. Okay, jetzt reicht's mir. Okay, okay, okay. Entschuldigung. Ich kann mein Kratz überleben. Also, stirb gefällig. Die da hin, wo... Jumas, Dämonen oder sonst so in Zellermons-Welt hingehen. Ah, cool. Sie sind noch stärker. Ich sag dir, das ist... Beim ersten Moment ist das ziemlich Knüppel, die da am Leben zu halten. Aber wenn sie ein Level abkriegt, dann geht das eigentlich. Und mal ehrlich, 44 HP, das ist schon... Es geht, also... Man sollte am Anfang mal die 12 HP nicht fürchten, weil nachher wird's noch schwieriger. Und wir müssen das nachher machen. Was nachher kommt, ich weiß ja noch. So ungefähr. Später wird's wind. Also, ähm... Hatte ich jetzt immer gefragt. Also, nochmal dann, ähm... Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch Englisch können. Ähm, ich werde das gleich spontan übersetzen, wenn dann Dialogen kommen. Wenn ich das nicht übersetzen kann, dann übersetzt mich selber gerade. Ich hab echt keinen Bock, das vorzuarbeiten. Wenn ihr wollt, dass ich das, ähm, synchronisiere, sozusagen, auf Deutsch, dann sagt mir das. Und schreibt das, ja, ich möchte das, ähm, übersetzt haben. Perfekt. Und... Ihr könnt auch sagen, nee, reicht, wenn es grob übersetzt, wenn es das Wichtigste seht, und so. Oder nein, ich kann das selber übersetzen, dann sag das. Also, ob ich da weiterarbeiten soll, und so. Aber, weil ich das spontan mache, kommen natürlich mehr Videos, mehr oder weniger. Ich sag jetzt gar nichts dazu, ähm... Ja, cool, das ist schön. Es ist gut hier, dass man mit Bevel-Up, ähm, direkt geheilt wird, und... Ich will nach Hause! Und weiter geht's. Yeah! Bis gleich. Tada! Ich laufe rum, und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nein, bitte, 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 bitte. Ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Ich will zu meiner Mama. Äh, ich will den Bus nehmen. Wieso darf ich das nicht? Okay, wo bin ich? Wo bin ich hier? Ich will hier weg. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich will hier weg. Maison. Maison. Mech ab! Ach Gott. Yeah! Ich hab gerade mal gemerkt, beim Kampf, dass die Dator ein Zwink hat. Müsst ihr mal drauf? Ich achte nicht. Bei so vielen Dingen, kein... Ja, bevor wir so rumlaufen, kann ich ja noch sowas erzählen, dass ich nicht weiterkomme. Nein, ähm, so über... Bis gleich. Über die Sailor-Kriegerin. Also, die Hauptperson in diesem Spiel. Und ich bin richtig und heil mich! Hm, I seem to have lost my rank. Oh, you look really tired. too high. Ja, direkt.